Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen und weiteren Video von mir. Es freut mich wieder riesig, dass ihr heute eingeschaltet habt. Und ja, heute möchte ich mit euch über die aktuelle Bitcoin-Situation sprechen, über den Kursverlauf und warum das Ganze passiert ist. Doch bevor wir mit dem Video anfangen, dann würde ich mich riesig über den Daumen nach oben freuen, falls euch dieses Video hier gefällt und es einige interessante Informationen für euch enthält. Wenn ihr neu auf dem Kanal seid, dann solltet ihr auf jeden Fall direkt erstmal kostenlos abonnieren, damit ihr eben auch zukünftig keine Videos mehr verpasst. Und jetzt starten wir erstmal direkt los. Wir haben, bzw. ich mache ja in der Regel ein Video am Tag, das ich eben aufnehme, bearbeite und eben auch veröffentliche. Und wir gucken uns in der Regel eben in den ersten Minuten den Kursverlauf an von Bitcoin, also die aktuelle Situation, wie ist der Stand der Dinge. Und wir sehen jetzt aktuell ein Market Cap von 158 Milliarden US-Dollar, was also im Vergleich zu den letzten Tagen um ungefähr 30 Milliarden eben gefallen ist. Also ganz grob hier mal Daumen, das ist eine starke Entwicklung, also negativ stark. Und der Preis ist eben auch von ungefähr 10.000, teilweise sogar 11.000 Dollar auf 9.300, stand jetzt, gefallen. Das Volumen liegt immer noch bei 7,8 Milliarden, also das ist so ungefähr gleich geblieben, würde ich sagen. Aber in den letzten 24 Stunden gab es eben einen Berg, also eine Talfahrt. Und das wurde eben mit 6,93% eben betitelt. Und das ist natürlich eine Negativentwicklung. Ganz klare Sache, ich glaube das gefällt niemandem. Jeder, der eben angelegt hat, also Geld angelegt hat in Kryptowährungen und gerade in den Bitcoin, dem wird das überhaupt nicht gefallen. Wenn man aber mal in die anderen Währungen hier reinguckt, dann sehen wir, dass wir quasi überall gerade Abwärtstrends haben. Wir haben hier ab und zu mal ein paar Coins, die auch wieder positivere Tendenzen haben. Ja, hier teilweise NEM eben in dem Fall 10% oder hier Ethereum Classic auch 3,68%. Aber ansonsten sehen wir hier, Waves hat noch 1,14, aber ansonsten sehen wir sehr, sehr viele rote Zahlen. Und ich gehe ganz stark davon aus, dass es eben mit den folgenden Informationen eben zu tun hat, die ich mir so ein bisschen rausgesucht habe. Zum einen hat hier Heise Online einen Artikel veröffentlicht. Gestern gab es nämlich Probleme mit Binance. Binance ist ja eine ziemlich oder relativ neue Exchange-Plattform, also ein Marktplatz, wo man eben Coins kaufen, verkaufen, traden kann. Und hier gab es eben, ich glaube am gestrigen Tag, einen Hackerangriff. Das heißt also, hier wurde eben über Phishing, das heißt also über andere Websites wurden eben Daten, User-Daten abgegriffen. Und hier kam es dann eben zu Login-Versuchen und teilweise sind eben auch Login-Versuche eben erfolgreich durchgelaufen, weil eben zum Beispiel keine Zwei-Faktoren-Authentifizierung angeschaltet wurde. Und ja, hier wurde dann einfach der Bitcoin oder beziehungsweise Währungen, vor allem aber der Bitcoin eben die oder der auf dem Account lag oder auf verschiedenen Accounts lag, einfach genutzt, um eben diesen zu verkaufen und dann eben oder beziehungsweise in Viacoin eben umzuwandeln. Und zwischenzeitlich ging dann der Kurs eben beim Viacoin von 3 auf 7 Dollar ungefähr hoch, teilweise auch auf 8 Dollar. Das Ganze wurde aber von Binance eben, ja, bemerkt und auch relativ schnell wieder geschlossen. Die ganzen Leute haben auch ihr Geld wieder zurückbekommen. Ich glaube, der Trade, wenn der ausgelöst wurde, dann konnte man da, glaube ich, nicht mehr so viel tun. Aber ich glaube, grundsätzlich verloren gegangenes Geld konnte auch wieder hergestellt werden. Die Accountsicherheit wurde natürlich auch wieder hochgesetzt. Und ja, ansonsten gab es irgendwie noch eine Information dazu, dass es irgendwie ein Teil des Geldes eben auch an Charity-Organisationen weitergeleitet werden soll. Ich weiß nicht, aus welchem Pool das kommt und in welcher Art und Weise. Aber hier hat auch wirklich gute Kommunikation stattgefunden. Und hier eben auch der Hinweis, ja, die Zwei-Faktoren-Authentifizierung sollte auf jeden Fall angeschaltet werden. Und dann, das erhöht auf jeden Fall die Sicherheit auf allen Ebenen. Und das, was aber, denke ich, viel größeren Einfluss darauf hat, dass der Kurs gerade ein wenig, ja, in die Schieflage gerät, ist, dass Japan zwei Kryptobörsen geschlossen hat. Ich habe hier den Artikel von manager-magazin.de mir aufgerufen. Und hier sehen wir eben, leider wird da nicht darüber gesprochen, welche Plattformen das sind. Das ist so ein bisschen schade gerade. Und ich habe auch in der Kürze der Zeit auch nicht herausfinden können, welche das sind. Aber, ja, es gibt insgesamt zwei Börsen, die eben in Japan geschlossen wurden. Japan ist ja bekanntlich eines der größten Länder, die es eben in einigen Bereichen gibt. Das heißt also, hier hat man natürlich dadurch ein enormes Abnehmen von Bitcoins quasi oder ein großes Ableben. Ich weiß nämlich nicht, was mit den Leuten ist, die das Geld da angelegt haben, beziehungsweise darüber getradet haben oder ähnliches. Und auch versucht haben, eben Coins zu verkaufen. In der Regel war es immer so, dass unfassbare Summen eben da auch umgesetzt wurden. Wenn wir mal davon ausgehen, dass das, ja, das Market Cap einfach um 30 Milliarden ungefähr gefallen ist. Dann könnte es also darauf auslösen oder das könnte eben bedeuten, dass eben knapp 30 Milliarden eben hier auch verloren gegangen sind in irgendeiner Art und Weise. Oder eben auch beschlagnahmt, das weiß man nicht ganz genau. Das muss man jetzt eben erstmal beobachten. Dadurch könnte es aber zu diesem Kursverfall gekommen sein. Man geht einfach davon aus, dass das eben damit zu tun hat. Und hier geht es auch darum, dass zum Beispiel, ja, die größeren Börsen, wie zum Beispiel Coincheck, eben auch dazu aufgefordert werden, stärker gegen Geldwäsche eben vorzugehen. Das ist ja eins dieser großen Probleme, dass man eben, ja, Geld als Bitcoin quasi bekommen kann, um eben illegale Geschäfte eben, ja, abzuwickeln. Und das kann man dann eben transferieren in Euros zum Beispiel auf einigen Plattformen, um dann eben, ja, sauberes Geld in Anführungsstrichen zu haben. Und, ja, da möchte man auf jeden Fall hier auch Sanktionen mit auferlegen. Gerade auch Amerika ist hier wohl einer der größten, ja, Widersacher dieser ganzen Geschichte. Und hier gibt es eben zum Beispiel die US-Börsenaufsicht SEC, die eben hier auch, ja, verschiedene Handelsplätze für Digitalwährungen stärker ins Visier nehmen. Und hier gibt es dann wahrscheinlich auch in der nächsten Zeit einige und weitere Regulationen, die eben auch dafür sorgen können, dass eben Kryptowährungen weiter hier an Wert eben verlieren, weil eben, ja, Leute verunsichert werden. Das ist eine ganz klare Sache. Ja, wenn Leute oder beziehungsweise wenn man mitbekommt als Anleger, dass verschiedene Börsen eben offline genommen werden oder beziehungsweise, ja, nicht mehr handeln dürfen und so weiter, obwohl man eben sein Geld anliegt. Na klar, dann führt das natürlich dazu, dass eben, ja, Panik quasi entsteht überall auf der Welt, weil man sich eben mit dem Coin eben auch identifiziert und man eigentlich davon ausgegangen ist, dass man eben, ja, dezentral und eben unreguliert eben, ja, Transaktionen und so weiter ausführen kann oder sich auch Geld anhäufen kann in irgendeiner Art und Weise. Und das ist natürlich etwas, was dann eben auch so ein bisschen Angst schürt in den Leuten, weil sie natürlich Angst davor haben, jetzt Geld zu verlieren. Natürlich ist die Kryptowährung Bitcoin oder auch andere spekulativ. Das ist eine ganz klare Sache und ich glaube, das ist, da ist sich auch jeder darüber bewusst, ob ich nun Geld in Aktien investiere oder eben in Kryptowährungen. Bei Kryptowährungen habe ich natürlich den Vorteil, dass ich damit eben auch bezahlen kann und so weiter. Aber letztendlich, ja, kann niemand eben vorhersagen, in welche Richtung das geht. Das heißt also, wir sollten einfach, ja, in dem Fall, gerade wenn es jetzt eben um diesen Rückgang der Märkte geht, der ganzen Kryptomärkte und so weiter, dann sollten wir einfach wieder aus meiner Sicht, ja, weil mein Vertrauen ist immer noch nicht gebrochen und das wird das wahrscheinlich auch in der nächsten Zeit nicht, denn, ja, Korrekturen und eben auch steigende, beziehungsweise auch ab und zu eben fallende Kurse gehören eben dazu, zu Währungen, zu Kryptowährungen und eben auch zu allen anderen spekulativen Geschäften. Und ich gehe weiterhin davon aus, dass eben der Coin auch hier wieder bessere Ergebnisse erzielen wird, dass sich der Kurs erholen wird und dass das hier nicht das letzte Wort ist. Wir haben in den letzten zwei Monaten ungefähr ja schon einige oder beziehungsweise einen großen Crash, in Anführungsstrichen gehabt, was ja quasi eine Marktkorrektur war, wo wir dann teilweise bis 7 oder 7,5 ungefähr gefallen sind an Bitcoins, also 7.500 Dollar pro Bitcoin und das hat sich aber eben wieder nach oben korrigiert und der Markt ist eben auch weiter gestiegen. Dadurch sind die Transaktionen wieder gestiegen und eben auch das Market Cap und auch natürlich die Dominanz des Bitcoin selber. Hier hat sich also einiges auf dem Markt eben getan und ich gehe ganz stark davon aus, dass sich der Bitcoin auch davon nicht unterkriegen lässt. Denn die Kritiker steigen zwar alle, das bedeutet also die Anzahl der Kritiker, aber letztendlich wird hier sicherlich der Bitcoin sich durchsetzen und eben eine weitere führende Rolle eben im Kryptobereich eben spielen. Denn letztendlich ist es immer noch der größte Krypto oder beziehungsweise die größte Digitalwährung, die es aktuell gibt und die eben auch am meisten Rendite eben verspricht. Ich bin sehr gespannt, wie es eben in Zukunft weitergeht und ja, ich werde euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten, sobald ich weitere Informationen habe. So, falls euch dieses Video gefallen hat, würde ich mich natürlich riesig über einen Daumen nach oben freuen und wenn ihr weitere Videos zu dem oder anderen Themen sehen wollt, dann könnt ihr sehr gerne den Kanal abonnieren, ansonsten hören und sehen wir uns die Tage wieder. Ciao, ciao!